Nein, noch einmal, der Bucher ist komplett unfähig, nicht wahr? Und darum will ich ihn sofort in meinem Team haben, es ist nicht kostet, was es wollen, nicht? Entschuldigung, da klopft schon wieder so ein Drottel herein, nicht? Ja, was ist, steu nachher. Servus, da spricht der Paul Schaner 2.0.1.3. Frank, wenn du gewinnen willst, du musst mich verpflichten. Also ja, für mehr als dann kauf ich dich halt für Sturm Graz, nicht? Nein, das spiel's aus. Ob jetzt tritt Paul Schaner zurück, Zeit für neue Wege zum Beschreiten. Das spricht so undeutlich, nicht? Ob jetzt bin ich unter die Coaching gegangen, und zwar bin ich jetzt ein Trainer fürs Unerwartete. Das hab ich gleich gemacht, Nummer 1, Aktion Zurückträder. Das war notwendig, weil jetzt haben alle Paul Schaner sympathisch gefunden. Das hab ich nicht auf mir sitzen lassen können, da hab ich aufhören müssen. Und das ist gleich eine Kritik gegen das kranke Fußballgeschäft, das du in Österreich hauptsächlich du zum Verantworten hast. Und du bist Nummer 2. Ja, ich will erst a word, nicht wahr? Also drum sprech ich ja heute mit dem Spendeleiker, nicht? Der rät so undeutlich. Noch einmal, Herr Feimann, und Herr Wolf unterbrechen sich mich nicht. Das sind die Banken, die richtigen Verbrecher. Nein, fremd, du musst was machen, was die Leute nie glauben da, denn dass du das machen da hast. Zum Beispiel, dass du dich bedeckt holst, von der Kleidung bis zum Redner. Sei höflich. Holt dich zurück. Und Punkt mit Sachthemen, wo es weiß ich, zum Beispiel, Außenpolitik, Neutralität, da zeig alles, was du kannst. Also, so, ja, nicht? Also, Österreich, nicht? Natürlich, nicht? Muss man schauen, nicht? Also, when this is Syrian, nicht? Also, when the Nazis vergasen, nicht? Dann müssen die Tischler, nicht? Also, ich habe nicht gesagt, dass wir nicht neutral sein sollen, aber auch nicht, dass wir nicht neutral sein sollen, nicht? Also, wenn zum Beispiel die Blumenverkäufer, nicht? Oder die Chinesen in Österreich einfallen, nicht? Dann braucht Amerika Hilfe gegen Frankreich, nicht? Da bin ich dann schon vielleicht dafür, nicht? Super, Frank, so kannst du es überzeugen und überraschen. Jetzt wirst du Nummer eins. Dank Paul Schanner. Mission erfüllt. Wieso hat der Straße auf einmal so einen komischen Dialekt?